Sabine hat mich gefragt hierbei, frag den Fondsmanager, welche Indikatoren und Oszillatoren nutze ich? Und dazu hatte ich schon ein Video gemacht bei YouTube, ich werde es dir gerne auch hier nochmal verlinken. Ich habe aber auch nochmal darüber nachgedacht und die Aussage damals war, ich nutze keine Oszillatoren und Indikatoren. Und es war eigentlich falsch, denn ich schaue mir schon das ein oder andere im Chartbild an. Und natürlich siehst du meistens, wenn ich dir hier meine Charts zeige, und du kennst ja die Software, die ich immer nutze, das TradingView, eigentlich sehr häufig einen nackigen Chart. Wir reden hier nicht über MACD, ASI, Slow Stochastic oder ähnliches. Aber es gibt doch einige Indikatoren, die ich mir regelmäßig anschaue für ein bestimmtes Setup in einer bestimmten Konstellation. Und das zeige ich dir mal ganz kurz am Gold Future Chart, was ich mir denn tendenziell angucke. Und wir gehen das mal ganz kurz durch, denn ich habe hier einiges an Favoriten abgespeichert, nimmt man dann ja gar nicht so bewusst wahr, bis man dann eben wirklich mal drauf angesprochen wird. Und ein Hinweis noch an eigener Sache, jeden Freitag um 5, frag den Fondsmanager, wenn dir das Format gefällt, Daumen nach oben, gerne Kommentar nach unten. Und es gibt sogar ein Frag den Fondsmanager, einen Tag bevor ich heirate, zeigt eben auch mein Commitment hier bei YouTube und heute noch ohne Ring, beim nächsten Mal dann mit. Schauen wir mal, wie das so wird. Ich werde berichten. Aber zurück zu den Märkten und zu deinem Vorteil mit den Indikatoren, die ich hier verwende. Was ich mir anschaue, zum Beispiel ist die Average True Range. Die Average True Range beschreibt hier an dem Beispiel vom Gold Future im Tagesschart, wie stark die Schwankungsbreite ist in einem Markt. Hier in den klassischen Standardindikatoren nehme ich auch immer die Werte, die voreingestellt sind, weil ich denke mir, die Masse folgt diesen Standardwerten, also tue ich das auch. Hier zum Beispiel 14 Tage. Und was die Average True Range nimmt, ist einfach ein 14-Tage-Gleitend Durchschnitt aus den Handelsspannen. Und du siehst hier zum Beispiel, wo es so stark im März runter und wieder hoch ging im Gold Future, da ist die Average True Range relativ hoch. Bei 61 Dollar heißt das, dass der Markt also ungefähr 61 Dollar schwankt pro Tag. Und das gibt mir eine gute Indikation, ob wir gerade in einer volatileren Phase sind, wie zum Beispiel hier im März oder auch hier zum Beispiel wieder nach den Höchstständen, oder ob wir eher in einer fallenden Phase, was die Average True Range angeht, also die tägliche Handelsspanne sind. Das ist spannend für meinen Trader, wenn es um Stop-Loss-Berechnungen und Stellungen geht. Natürlich in so einer niedrigen ATR-Phase macht eine höhere Positionsgröße mit einem engeren Stop-Sinn. In einer hohen ATR-Phase macht andersherum natürlich ein weiterer Stop mit einer geringeren Positionsgröße Sinn. Einfach, weil der Markt aus sich heraus mehr schwankt. Und was ich mir dazu auch angucke, was da so ein bisschen ähnlich zu ist, das ist das Thema historische Volatilität. Da gehe ich ja in der Ausbildung sehr stark drauf ein. Du siehst, die Anstiege sind ähnlich, es ist nicht genau das Gleiche. Die historische Volatilität misst einfach hier die entsprechende Standardabweichung, hier in der Standardeinstellung von 10 Tagen, also nicht 14 Tage, sondern 10 Tagen. Aber du siehst, die Bewegung ist ähnlich. Rückwärtsgewandt, wie viel Schwankung gab es? Einfache Überlegung daraus. Mehr Schwankung bedeutet eben nicht so enge Stops, eher geringere Positionsgrößen, und damit ungefähr das gleiche Risiko zu haben, aber dann wohler adjustiert. Das sind wie gesagt keine Oszillatoren und Indikatoren im eigentlichen Sinne, sondern das unterstützt meinen Trader, wenn es darum geht, im Live-Trading zum Beispiel Stops zu setzen oder eben hier auch Positionsgrößen optimal für mich herauszufinden. Also diese beiden Dinge mag ich sehr gern, schaue ich mir regelmäßig an. Was ich mir auch gerne anschaue, sind die COT-Daten. Wichtig für mich, die schaue ich mir nicht im Währungsbereich an, weil Währungen, wie gesagt, im Future nur sehr wenig gehandelt sind. Bei Rohstoffen schaue ich mir das schon gerne an. Was machen die Commercials, was machen die Non-Commercials, was machen die Speculators? Das ist relativ spannend, gerade für Commodities kann man da eine Menge draus lesen. Wäre jetzt für mich auch kein einziger Handelsgrund, aber in der Ergänzung schaue ich mir durchaus mal an, was hier die Large Speculators machen, um da eben entsprechend auch Implikationen rauszufinden. COT-Daten ist ein spannendes Thema, kann man sicherlich ein eigenes Video zu machen. Schaue ich mir, wie gesagt, gerne an, wenn ich mir Rohstoffe angucke bei Aktien, bei Währungen und auch bei Renten, hat es nicht die höchste relevant. Dann den gleitenden Durchschnitt. Dann denkst du, oh André, gleitender Durchschnitt, wozu brauchst du den denn? Also du kennst vielleicht die Strategie Turnaround Tuesday und für den Turnaround Tuesday brauche ich ja den gleitenden Durchschnitt. Wenn wir hier richtig erwischen. Allerdings brauche ich den nicht im Gold, sondern ich brauche den dann im DAX. Ich schalte es jetzt nicht um, du kannst es dir denken. Im DAX 34-Tage ist gleich ein Durchschnitt. Schaue ich mir natürlich an, um dann zu wissen, ob wir im Auf- oder im Abwärtstrend sind, um eben wie diese Woche auch zu bestimmen, ob ich den Turnaround Tuesday jetzt tatsächlich longhandel. Was ich mir auch noch anschaue, das ist der letzte Indikator, den ich dir zeigen möchte, und zwar sind das die Bollinger Bänder. Die Bollinger Bänder brauchen ein paar Sekunden, ehe sie sich aufbauen, korrespondieren natürlich stark zum Thema historische Volatilität, stark zum Thema ATR. Ist ein Indikator, den ich insbesondere auch für marktneutrale Strategien nutze, weil marktneutrale Strategien, und das erkläre ich sehr viel in der Ausbildung, die sind ja eben aus sich heraus oszillierend, bedeutet also, anders als bei Aktienmärkten, haben die jetzt kein sehr starkes Trendverhalten, sondern marktneutrale Strategien haben eben eher ein Verhalten, dass sie um einen Fernwert herum oszillieren. Bedeutet also, wenn hier marktneutral oben etwas ankommt, würde ich eher mal Gewinne mitnehmen, wenn es unten ist, würde ich eben eher mal Positionen ausbauen. Das nutze ich gerade für die Strategie MDAX sehr gern, da wie gesagt eher als Contrarian Indikator, also eher als Oszillator, im Sinne von am oberen Ende des Bandes denke ich, dass wir nach unten laufen. Ich weiß, es gibt trendfolgende Ansätze, die dann quasi eine Überschießung bei der ersten Korrektur nutzen, um dann in Trendrichtung Long zu gehen. Das würde ich für marktneutrale Dinge entsprechend nicht machen. Hier auch klassische Standardeinstellungen. Wir nehmen also 20-Tages-gleitenden Durchschnitt und zwei Standardabweichungen nach oben und nach unten. Und du siehst eben hier Bollinger-Bänder ganz klassisch, wenn die Volatilität rausgeht, wenn der Markt also enger zusammenhandelt, sind die Bollinger-Bänder auch enger und wenn eben die Amplitude der Schwankung größer ist, gehen auch die zwei Standardabweichungen mit den Bollinger-Bändern auseinander, wie hier auch am kurzen Rand. Also das vielleicht nochmal ein bisschen über die Frage hinaus. Ja, ich nutze jetzt nicht für ein Signal Oszillatoren und Indikatoren. Ja, ich würde auch nie anhand der Chart-Technik einen Trade eingehen, sondern ich schaue mir immer fünf Dinge in meinem Investmentprozess an. Das Fundamentale, das Technische, das Seasonal, das Sentiment und die Intermarket-Analyse und im Rahmen der technischen Analyse und auch im Rahmen der kurzfristigen Umsetzung durch meinen Trader schaue ich mir dann doch einige Dinge an, wie die Bollinger-Bänder, den gleitenden Durchschnitt, die ATR, die historische Wohler oder eben auch mal die COT-Daten, gerade wenn es um das Thema Rohstoffe geht, um eben noch ein bisschen tiefer in die Märkte reinzukommen. Auch das Thema Volumen schaue ich mir ab und an an, hier gerade für größere Bewegungen auf dem Tages- oder Wochenchart. Also schon Dinge, die irgendwo aus dem Chart auch abzuleiten sind, aber weniger anhand der Kurse, sondern mehr in der Ebene des Volumens oder der Volatilität, um eben einfach auch ein Zusatzinfo zu haben, um so ein Zusatzgedanken zu haben. Also kurze Antwort auf die Frage. Nein, ich nutze jetzt keine großartigen Indikatoren und Oszillatoren, aber ja, für die Ergänzung zu Handelsideen, für das Timing im Trading, für das Gefühl einfach und ich sage bewusst das Gefühl, also das Bauchgefühl, was zum Beispiel eine Handelsamplitude angeht oder eben auch hier generelle Marktschwankungen oder eben auch eine Strategie, die einfach solche Indikatoren braucht. Da schaue ich schon drauf, aber es gibt jetzt nicht den Wunderindikator, wo ich immer sage, wenn der MACD entsprechend nach oben läuft, dann bin ich long. Das gibt es nicht, sondern es gibt nur in diesem gesamten Gefüge der Erfahrung das eine oder andere, was ich mir gerne anschaue, was ich im Rahmen meiner Intensivausbildung natürlich auch detaillierter beschreibe, was ich wann, wie, wo und warum nutze. Aber das vielleicht nur so als kurzer Überblick, was ich mir zumindest anschaue und kurze Anekdote noch am Ende. Es gibt sicherlich Leute, die sind mit Oszillatoren und Indikatoren super erfolgreich, wahrscheinlich dann nicht in den Standardeinstellungen, weil das funktioniert nicht, das habe ich getestet, sondern dann vielmehr in der Kombination der einzelnen Möglichkeiten und natürlich auch mit der entsprechenden Erfahrung, weil das macht am Ende den großen Unterschied und das ist, glaube ich, auch das Wichtige. Und damit danke, dass du wieder dabei warst bei Frag den Fondsmanager jeden Freitag um 5. Und wenn du Fragen hast, dann stell sie mir gerne über Instagram, über Facebook, über E-Mail, über YouTube. Wir haben noch einige Fragen in der Pipeline. Wir machen das Format so lange, bis die Fragen abgearbeitet sind und wenn dann irgendwann mal keine Fragen mehr da sind, dann stellen wir Frag den Fondsmanager ein. Aber bis jetzt kam jede Woche mindestens eine Frage. Dafür auch ein großes Dank an die Community. Wir beantworten auch nicht alles, also sehr komplexe Dinge, die eben auch eher in der Ausbildung zu Hause sind, die auch nicht in 10 Minuten beantwortet sind. Die werden wir bei YouTube hier natürlich nicht beantworten. Also wenn es dann so Dinge sind, André, wie kombinierst du deine Investmentstrategien oder André, wie kommt jetzt genau die Algo-Performance von über 70% dieses Jahr zustande? Das sind so Dinge, da kann man halt immer nur Hinweise geben, aber da geht man nicht so richtig in die Tiefe. Deswegen ist das schwierig, jetzt hier in 10 Minuten zu beantworten. Aber so kleine Sachen, Dinge auch zum Thema Karriere, Mindset, Charts oder alles, was du dir vorstellen kannst, probiere ich gerne zu beantworten, weil mir wirklich dran gelegen ist, was für die Finanzbildung in Deutschland zu tun, auch nach meiner Hochzeit. Also ich freue mich drauf, sage damit das letzte Mal Servus als verlobter Mann und freue mich euch beim nächsten Mal als verheirateter Mann hier wieder bei YouTube begrüßen zu dürfen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.